hallo youtube herzlich willkommen zu einem weiteren part von terminator resistance so wir haben einiges zu tun kurz von hk panzer herunterladen der auftrag ist vervollständig kurz also die kurz damals dass man so man schon mal weiter und ok Noch wer da? So, der jetzt. Ich dann eben geschaffen habe. Geh mal wieder zurück. Den hätten wir auch. Sonst auch wer. Ohne Führerschein, Fahrschein. Autosluten. Vergesse ich immer. Ah, nein. Nein, ich... Alles nehmt. Danke. Okay. Lufteinheit. Dankeschön. Wo geht sie da entlang? Okay. Schön gemütlich. Ich muss dazu sagen, es ist eine Weile her, dass ich es weitergespielt habe. Okay. Okay. Got to call it Fischer. Okay. Ach, wie doof. Oh, ich bin so doof. Äh, ja. Fängt ja schon gut an. Ah, ich bin wieder hier. Okay. Äh, genau. Oh, ziemlich blöd. Oh, Kollege tot. Oh, Gott. Ich komme an einen Rauf. Ach, ich war das denn noch, was ich weiß nicht, was ich weiß nicht, was ich weiß nicht. So, da war Ka-Boom-Logger da. Na komm, put put put, Spidey. Sonst wär er hier? Nein. Ab und zu mal auf die Karte gucken. Wie zum Beispiel, hätte ich mal hier in die Häuser gehen können. So, das mache ich jetzt auch. Geh nochmal zurück. Weil vielleicht finden wir da was. Vor allen Dingen, wir können es speichern. Oder weil das da, wo wir waren. Zum Ganzen raus. Da oben. Ach je. Nö, nö. Ecken wird tot. Ich denke nicht dran, dass die auch schießen. Ich dachte, die sehen mich okay. Die schmeißen uns vielleicht ein paar runter. Oh. Die blöden Viecher hier. Hier, Geschenk. Warum, Geschenk. Und daneben. Jetzt muss ich den Aachlan. Kopftreffen. 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 So. Warum bist du weggekrabbelt? Blöd Vieh. So. Aufpassen. Nehmen. 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 Müssen. Darüber. Nein. Ich wollte dann springen. Wie war das? Wo hat er was gesehen? Outpost. Was? Wow. Oh. Huh. Oh. 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 Der nervt mich ganz schön und wo soll er aus dem Posten sein? Ah da! Mist ich hätte gern die Häuser, aber egal. Machen wir doch erst den Außenposten. Das ist mir in die Richtung. Give me all what you have. Oh, der ist auch schon der Außenposten. Wenn der sich ein bisschen verziehen würde. Könnte ich mir den schnappen? Das ist gut. Oh. Okay, alles nehmen, alles nehmen. Hecken, schwer, ja, okay, gut, alles nehmen, äh, sonst, Außenposten, wie kommen wir denn da hin? Ist doch nicht der Außenposten hier, oder? Da komme ich hin. Oh ja. Ich sollte mich hier vom Acker machen. Oh. Ich weiß, ich soll da hin. Oh. Nerv mich, du auch nicht. Äh, ich habe nichts mehr. Okay, ich habe nichts mehr zum, wieso habe ich nichts mehr? Äh, ich habe nichts mehr zum Werfen. Nein. Wir haben Fertigkeitspunkt. Inventar. Was ist das? Äh, na. So. Und dann innen. Herstellen. Ja. Okay. Ah. Noch mehr. Ich hole mir die zwei. Oh. Voll. Und? So habe ich überlebt. Okay. Okay. Das hat keiner überlegt. Ohlala, ich hätte gerne Pizza. Ohlala. Ohlala. Einen Moment warten. Okay. Der geht da hin, der stellt sich da hin. Okay, der geht dann da hin, die bleiben da stehen. Häckern, häckern. Häckern, häckern. Häckern. Schnell, schnell, schnell. Häckern, häckern. Und fischbar. Oh, hier ist das auch. Okay, aber... Musik hat nachgelassen. Wer hat mich gesehen? Das Ding da hinten. Okay. Oh je. Ähm, ja. Wo sind hier die Leichen, Reste, Frotthaufen, Müll? Auch hier. Gut, ich würde mal sagen, den Park beende ich jetzt erst mal. Wo soll der Außenposten sein? Ich bin ja schon ganz woanders. Hier. Oder wie? Gut. Das machen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentartipps und Tricks wie immer. Will ich mich sehr darüber freuen. Und im nächsten Part geht es dann weiter. Bis dahin. Adios. Adios. Und im nächsten Part. Untertitelung des ZDF, 2020